Diese Website fühlt sich illegal an. Mit dieser KI kannst du diese Stimmen aus Text generieren. Du kannst sogar das Geschlecht, den Akzent und die Tonlage der Stimme ändern. Und das Beste daran ist, dass du das zu 100% kostenlos tun kannst. Das ist ein großartiges Tool und es wird bereits von Tausenden von Creatorn täglich benutzt. Der Name dieser Website ist 11labs. Kommentiere Tool und wir schicken dir den Link plus unser Geheimnis, wie wir die Stimme so perfekt machen.